Alice fühlt sich gelangweilt. Sie möchte mit ihrer älteren Schwester spielen. Aber wie es aussieht, hat sie andere Pläne. Nein, auch ein Sternenkissen wird nicht helfen. Lass uns zusammen spielen. Nur eine Sekunde. Schon wieder gescheitert. Los, los, schnapp ihn dir. Papa, lass uns lesen. Aha, aber nicht jetzt. Lauf schneller, überhol sie. Papa ist ein echter Fußballfan. Wow, was für ein interessantes Buch. Was denkst du, welches Buch liest der Vater? Kommentiere unten. Mama, niemand will mit mir spielen. Mir ist langweilig. Klar, klar, natürlich. Mama! Baby, was willst du? Ich habe ein wichtiges Treffen. Tschüss. Es ist so, wenn ihr alle so fleißig seid, mal sehen, was ihr so vorhabt. Sieht aus, als ob Alice weglaufen will. Wow, was ist das für ein Ort? Unglaublich. Es ist ein echtes Geheimzimmer. Es ist ein echtes Geheimzimmer. Alice beschloss, ihr Geheimzimmer gemütlicher zu gestalten. Wo ist sie? Mama, lass mich in Ruhe. Hast du Alice gesehen? Die Suche nach Alice geht weiter. Hey, wo ist sie? Alice, unsere Tochter. Sie ist verschwunden. Ich erinnere mich an keine Alice. Okay, kannst du dich jetzt erinnern? Aha. Nein, ich weiß es nicht. Jetzt ist es an Alice, ihre Familie zu ignorieren. Alice packt immer wieder Dinge in ihrem geheimen Zimmer aus. Wow, ein ganzes Band mit einer LED-Leuchte. Vielleicht sollte sie ein Springseil daraus machen. Das ist keine gute Idee. Sie muss einen anderen Weg finden, es zu benutzen. Wow, es ist so bunt. Wie wäre es mit einem glitzernden Armband? Nein, es ist besser, die Wand zu dekorieren. Cool, ein trendiges geometrisches Muster. Alice geheimes Zimmer ist hell und gemütlich und ihre Leute haben keinen Strom. Wow, das Licht ist wieder da. Papa denkt, dass er seine Sache gut macht. Aber er wird enttäuscht sein. Was für ein Reinfall. Alice hat so viele coole Sachen in dem geheimen Raum gefunden. Wow, was für eine Matratze. Sie muss sie nur noch aufblasen. Nein, die arme Alice wird platzen. Und hier ist die Lösung für das Problem. Toll. Das ist cooler als ein Trampolin. Stopp, hier stimmt etwas nicht. Sie hat einen schönen Wald auf ihn gemacht. Es ist Zeit, sich im geheimen VIP-Apartment auszuruhen. Währenddessen gerät Alice's Familie in Panik. Hat sich der Vater daran erinnert, wo seine Tochter ist? Nein, ihm ist eingefallen, dass eine Blume gegossen werden muss. Genau zur rechten Zeit. Alice hat Spaß mit ihren Plüschfreunden. Oh, wenn du durstig bist, willst du nicht spielen. Wow, eine ganze Kokosnuss. Daraus kann Alice einen coolen Cocktail machen. Aber zuerst muss sie sie öffnen. Ein Bohrer wird dir dabei helfen. Gut gemacht, Al. Ups, sieht aus, als wäre die Kokosnuss schlecht geworden. Wenn sie sie nicht trinken kann, kann sie sie als Lampe benutzen. Ein buntes Kokosnuss-Nachtpflicht. Der Vater hat beschlossen, etwas Milch zu trinken. Aber Al ist schon da. Und sogar auf dem Bild. Während Papa ein Glas holte, verschwand die Milch. Okay, versuch Nummer zwei. Hey, was ist los? Ein weiteres Versteckspiel. Alice hat bekommen, was sie wollte. Aber wo legt sie die Snacks hin? Es ist Zeit, die Fantasie spielen zu lassen. Eine interessante Designer-Idee. Sie ist stilvoll und gemütlich. Wow, Alices Eltern haben beschlossen, einen Detektiv aufzusuchen. Ein echter Profi wird dir bestimmt helfen. Der Skizze nach zu urteilen, suchen sie nicht nach einem Mädchen, sondern nach einem Monster. Ja, sie kommt nach ihrem Papa. Hast du den Verstand verloren? Hier ist unser Baby. Das ist sie nicht? Nein. So sieht sie aus. Bitte finde sie. Keine Sorge, ich mache das schon. Was? Die ältere Schwester war für einen Moment abgelenkt und die Cola verschwand. Hey, was ist das? Sie muss die Limonade von Papa holen. Was? Igitt, es ist so warm. Sie muss sofort einen Kühlschrank finden. Oh, Mama hat Kopfschmerzen von all diesen Problemen. Kalte Cola ist die beste Medizin. Und hier ist Al, der Eisdieb. Wird die Mutter sie finden? Das Verbrechen ist gelöst. Hey, was ist los? Die Leute streiten sich und Alice arbeitet an einem Eisschrank. Fertig. Übrigens hat sie jede Menge Spielzeug, das einfach so darliegt. Es ist Zeit, es zu reparieren, während die Cola ein Eisbott nimmt. Super, fertig. Alice hat beschlossen, einen schönen Puff aus Kleidersäcken zu machen. Aber sie muss ins Zimmer gehen, in dem ihre ältere Schwester traurig ist. Unglaublich, das verlorene Mädchen wurde gefunden. Wahrscheinlich hat sie sich das nur eingebildet. El ist zufrieden mit ihrer Arbeit. Und die Familie versucht immer noch herauszufinden, wo sie ist. Ich sag's dir doch, sie war her. Nun, der Vater dachte, dass sie einen Tanz aufführt. Was für ein Loser. Haltet ihn auf, irgendjemand. Was? Die Tanzparty geht weiter. Oh, das arme Mädchen hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Diese Pferdeschwänze sehen unordentlich aus. Es ist Zeit, an ihrem Look zu arbeiten. Aber wie macht sie das ohne Schminktisch? Das ist ganz einfach. Sie kann aus einer normalen, leeren Schachtel etwas Cooles basteln. Wir brauchen nur Klebstoff und etwas Kreativität. Accessoires sind auch eine gute Idee. Wir brauchen natürlich einen Spiegel. Fang mit der Schönheitspflege an. Du bist wunderschön. Schnell, mach ein Selfie. Wow, das verlorene Mädchen wurde gefunden. Da ist sie. Lauf in da. Es stellte sich heraus, dass der Vater sein iPhone aufladen wollte. Was? Der Vater hat wieder versagt. Was? Die Familie ist traurig ohne L. Und es sieht so aus, als würde sie sie auch vermissen. Es ist Zeit, den geheimen Raum zu verlassen. Meine Familie. Hier bin ich. Die Familie ist endlich zusammen. Die Familie ist endlich zusammen. Was? Jos? Die Familie ist angef répakt.